Wendy Holdner heute im Zürichsee, Rudern war angesehen, aber Hand auf die Herzen, als Weltmeister hat er ja ganz häufig andere Verpflichtungen. Sie waren seit kurzem in den Ferien, hatten zwar viel Regen in Hongkong, durften Hochzeit feiern. Ist der Sommer für euch nicht schon viel zu kurz? Man muss schon sagen, die Zeit geht schnell vorbei, aber so für einen Anlass zum Rudern ist eine coole Sportart, da nehme ich mir gerne Zeit. Definitiv, ich freue mich, dass ich noch nicht gleich wieder auf den Ski gehe. Ich brauche noch ein wenig Zeit im Kraftraum und wenn du es hast im Sommer, bevor ich dann wieder parat bin. Also ist der Hunger auf Weiss, Schnee, Kälte noch nicht so da? Nein, der ist noch nicht da und das ist auch gut so. Ich habe gerne meine drei Monate Ski-Pause, damit ich mich möglichst fit vorbereiten kann, körperlich fit. Es geht genug früh wieder los und dann ist der Winter wieder genug lang. Was hat sich verändert in der Vorbereitung als Weltmeisterin? Hat er jetzt wirklich extrem viel mehr Termine, Sponsoring- und Medietermine oder haltet sich das noch irgendwo in Grenzen? Die Anfragen sind sicher grösser geworden, das ist sicher so, aber man kann auch nicht mehr alles annehmen, weil man von Sponsoren schon genug um die Ohren hat. Und der Rest ist gleich geblieben, also im Kraftraum schwitzt man noch, es ist hart und es wird viel abverlangt. Also ihr habt keinen Bonus als Weltmeister, dass ihr weniger Schweißtropfen vergiessen müsst? Nein, definitiv nicht. Ich habe es vielleicht noch mehr als sonst. Und wenn ihr jetzt vorhin vom Ruderer geredet habt, das ist ja für euch nichts Neues. Ihr habt ja schon trainiert mit den Ruderer in der Innerschweiz auf dem Vierwald Städtersee. Ich denke, das ist nicht von nichts, dass ihr hier im Finale war und noch seit zweit geworden sind. Nur die Küsse war noch schneller als dir. Ja, es hat Spass gemacht. Also man muss schon sagen, man hat zuerst einmal gemerkt in Luzern, dass wir zwei Profis dabei hatten und hier vier Anfänger im Boot sind. Also ich muss definitiv wieder auf Luzern zu Simon und Kevin hier lernen. Die nächste Saison ist wieder eine grosse Anlass in Korea. Kümmert euch das jetzt, so früh im Jahr schon, oder ist das noch so weit weg, dass ihr sagt, nein, es ist eine Saison wie im Prinzip ja die anderen Jahre? Die grosse Anlass ist sicher hier, die Olympiade. Ich freue mich auch. Aber ähm, ich bin gleich eigentlich im Hier und Jetzt und gebe alles, um nächstes Winter bereit zu sein und vorne dabei zu sein und mitzumischen. Und der Fahrplan stimmt von der körperlichen Vorbereitung. Mallorca ist ja schon durch die Velowo-Woche. Doch, passt soweit. Also es ist eine gute Woche gewesen. Ich konnte mich immer steigern und motiviert für ein paar Trainingsstunden im Kraftraum. Prima wünschen wir euch noch ein paar schöne Sommertage, bevor es dann wieder losgeht auf dem Weissen. Merci vielmal. Danke.